Willkommen zu einer weiteren Folge Fuß von Männchen 21 mit der Karriere bei Rot-Weiß Essen. So, wir haben 0-0 gegen Rödinghausen gespielt, sind immer noch Dritter und Dortmund eist wohl noch Erster. Okay, naja, okay, alles klar. Okay, dann wollen wir mal ins Bergisch-Glopper-Spiel in 3D-Modus. So, wir machen unsere Rotation 2. Let's go. Wir haben keine Nachrichten. So, äh, Jugendcamp? Ne, da wollte ich nicht hin. Gehen wollte ich, privater Bereich. So, wir machen jetzt den Bootsmann-Führerschein oder sowas. Sie lernen astronomische Navigation. Noch, dann los. So, weiter geht's. Letztes Spiel vom Wochenende. Mal kicken. Oh, wir haben wieder einen Toten. So, Spieler erreichen Trainingsspiel. Ja, das ist Jugendspieler. Können sie auch machen. Neu-Idee für Fanartikel. Wagenzerrung, Harenbrock. Das Scouting ist abgeschlossen, okay. Harenbrock muss man jetzt hier rausnehmen. Und dann den Doro rein. So. Los geht's. Wir go. Too bad boy. So, okay. Die sind, wir sind schwarz. Und die sind rot. Ne, dann sind wir weiß. Wir sind weiß, die sind rot. So muss das sein. So, dann gucken wir mal, was wir gegen Bergisch-Lappbach zustande bringen. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Tö, tö, tö. Ok, da haben wir es ja noch. Oh, 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 massives Deppensink. Also extrem deppensig. Na, mal gucken. Ok, um los geht's. So. So. Dann gucken wir mal. War schon die erste Chance für Leute das Essen. Ne, für die. Die wäre ein Klapper, wir sind ja weiß. Wir sind ja weiß. 1-0, Ulf Laverti. Sehr gut. Laverti. Ey, faul, Freundchen. Das geht mal gar nicht. Die Hütenpüten. Die spielen extrem deppensig rein. Ist ja Wahnsinn. Sehr gut gespielt. Ah, schade. Hat am Ball vertändelt. Ein Wurf. Mal gucken hier. Der war gar nichts. Gut verteidigt. Aber leider faul. Felix Biber, die blöde Karte. Die App hier funktioniert relativ gut. Na gut, ich muss aber nicht... Na, kriege ich die noch? Ne, schade. Schade, 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 schade. Na, 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 na von Felix. Das geht mir gar nicht. Der war daneben. Einen ganz freien Raum war der. Der war so frei der Raum, dass da keiner stand. Das war ein Faulman-Freund, das war ein Meta. Schiri, wir wissen wo dein Auto stand. Hat gut gebrannt, hat gut gebrannt. Ja, dumme Sprüche aus den 90ern. So ist das eben. So, weiter. Okay. Du, 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 du. Ne, 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 ne. Ach, kriegt der den noch nicht. Schade. Aber den haben wir jetzt. Ach, er hätte doch rüberlegen können, ey. Steil spielen können und dann wäre der durch gewesen. Ich glaube mal. Oh, Mann, 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 oh, Mann. Mit kleinen Hupenpupen. Jetzt in die Mitte legen. Jawohl 2-0 durch decrease Gender Leverty zum Ausdruck und fazer'n incarcerat Peter ohneเชurer zeit 5 zu 3 tor chancen 321 das tor mein freund der baum kennt keine grenzen lalalala man vier haben eine vierer haben wir zu beklagen nicht zwei dann kriegt der erst mal ein vorher unter dem arsch und der erst mal voll unter dem arsch so und das macht der assistent und let's go so mögen wir das nicht okay abgefangen ja dann schade und zwar eins ja ich bleib doch nur neun hier sind wir diese scheiß offensiven nach der waltzeit und nichts, nichts passiert, außer Spesen nichts gewesen ok weiter geht's weiter daneben hack doch mal dazwischen ey, den muss doch bein brechen so, weiter geht's ach schade, das wäre eine super Chance gewesen dann verstehe ich auch nicht, dass die Außenlanden anstatt rein zu klanken nicht in den Strafraum gehen er hätte aber genug Platz hier gehabt ey na jetzt ist das 3 1 da durch Isaiah Young so, kicken wir mal die Schatten liegt denn, oder so haha soo ja, die gehalten Schalke 421 die zweite von Köln führt 2 0 Homberg gegen Köln 2 1 zu 2 und Eigentor haha ah, Latte, schade schade schade, 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 schade schade ja, jetzt haben sie wieder Oberwasser sehr gut ah, Mann, wie doch vernünftiger Mann Junge ey die macht euch so viel Scheiße da im Kopf ey, das gibt's gar nicht Junge ihr Hucke Pupen na 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 freundchen na, wir müssen wo da rangehen jetzt aber alter die haben Chancen und Chancen ey nichts passiert ey das ist ja schon fast Chancen im Minutentakt das ist ja schon fast Chancen im Minutentakt und was ist denn passen in den freien Raum haha in den ganz freien Raum oh man ey Ähh, ne, 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 ne er hat es aber in der Mitte Plan ne aber nichts passiert Scheiße, die Pflanzen sind so schlecht hier. Das ist Wahnsinn. So, 3-1-Sieg. Aber trotzdem, ey. 11 zu 7 Torschüsse, ey. 5 zu 4 aufs Tor. Naja, egal. Wir haben gewonnen. Das hat letztendlich zählt. Wie wir gewonnen haben, ist ja egal. Ja, ja, ja. Quatsch nicht. So, was haben wir jetzt hier ausbauen? Also, Trainingszentrum. Müssen wir mal gucken, was ist jetzt Trainingszentrum? Auf 8 machen wir das jetzt. Yes, wir werden gleich. Ach, können wir uns gar nicht leisten. Siste, das war es schon wieder. Okay, müssen wir mal gucken, was machen wir jetzt. Was machen wir jetzt? Fanartikel verkaufen. Den kommen wir jetzt mal an. Bauen wir den Fanshop aus. Danke. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So, okay. So, das war es dann wieder für heute. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, wenn wir gegen den S4 Strählen spielen. Bis Montag dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.